Wir sind Schrefermann, wir haben 2013, wir starten eben die Rekunde und hier ist der supergeleitende Führer der Fußball-Bundesliga, hier ist der deutsche Rekordmeister, hier ist unser FC Bayern München! Wir sind Schrefermann, wir kommen zum Kämmern nach der ganzen Welt Wie heißt dieser Glück der Jenseitsland den Rekord erhängt? Wer hat schon gewonnen was um ihn zu gewinnen? Ja! Wer hat mit seinem Jahr 10 und zur Bundesliga voll auf tab? Musik Musik Musik